Jetzt kommt, wie ich letztens angesprochen habe, die Ruhe vor dem Sturm. Ich kann auch wieder Geräusche machen. Ja, dann mach doch mal kurz welche. Zum Beginn ist das eigentlich immer ganz nett. Na, na. Das sind die besten Geräusche. Und damit herzlich willkommen bei GTA Online Bunkers. Wir haben die Humane Labs. Genau, haben wir gestartet bei der letzten Aufnahme. Das ist komische Zugangscode-Daten uns geholt. Und jetzt geht es weiter mit Insurgents. Boah, mein Gott, ich hab jetzt den richtigen Hänger. Mit dabei sind wie immer Fane, Zombiehead und Zombies. Das bürgert sich dann noch irgendwie ein. Ja, und wir begrüßen euch alle recht herzlich. Und da würde ich sagen, lade ich euch dann mal zu den Insurgents ein. Raubüberfall, Planungsstafel, Ansehen, Human Labs, Insurgents. Holt euch die gepanzerten Insurgent-Allradfahrzeuge vom Meriwether-Testgelände im Davis-Quartz-Steinbruch und setzt sie beim Überfall auf Humane Labs ein. Sollten wir schaffen. Ja. Vielleicht. Kommt drauf an, wer fährt. Ja, genau. So, Einstellung bestätigen. Aus aktueller Sitzung. Da sind die drei ja schon. Ist das das neueste Metal-Lied? Was muss ich jetzt eigentlich machen? Äh, hab ich doch grad vorgelesen. Ich hab nicht zugehört. Gepanzerte Insurgents, Allradfahrzeuge... Äh, du behältst deine Qualitäten bei. Äh, gepanzerte Insurgents. Also Fahrzeuge müssen wir aus irgendeinem komischen Steinbruch rausklauen und dann sichern. Aber die sind ja auch gepanzert. Ja, aber nicht so sehr wie der Kurumbahn, das ist das Traurige. Doch, die sind stärker gepanzert, nur die Scheiben sind nicht so gut gepanzert. Ja, weshalb du im Fahrzeug, solange du nur beschossen wirst, trotzdem schneller stirbst. Joa, aber die hat ne Rakete aus. So, jetzt gibt's hier keine große Auswahl mit euren Outfits, sondern... Warum hab ich ne Waffe da an? Warum nicht? Weil du angeben willst. Ja, Mann. Was ist ich? Komm, ich mach Sport hier. Richtig sportlich. Guck mal, wir hatten so gerne in den letzten Aufnahmen, wir hatten wie im Planungsraum waren. Die ganze Zeit West Coast Classics laufen. Aber da gut, da ist die Musik auch so leise, da hört man sie einerseits nicht, andererseits. Da kann dann auch nicht die GEMA groß jetzt irgendwas inspizieren, oder anschlagen. Ja, wenn ein Mitarbeiter das gucken würde wahrscheinlich, aber ansonsten wird das, glaub ich, keinen stören. So, Zombie, du willst nicht mit mir fahren? Nein, ich hab den coolsten Wagen hier, natürlich nicht. Mit deinem pinken, ist nahvollziehbar. Den du noch nicht einmal Federung benutzen kannst. Doch, kann ich. Aber ich kann... Ah, hast du das jetzt nicht geholt? Nö. Ja, dann kannst du es nicht. Ja, aber ich kann es mir holen. Ja, aber du kannst es gerade nicht. Aber jetzt kommt gleich unsere Lieblingsstelle, Vembo. Ach, du Scheiße, ich erinnere mich. Ich werde euch wahrscheinlich wieder verkacken. In der Bearbeitung habe ich da was letztes draus gemacht, wenn wir die Stelle hatten. Ah, immer dieser Stau. Wo seid ihr denn? Vembo und ich leisten jetzt hier einen Koffer am Kopf rein und ihr seid 30 Kilometer. Ja, ihr habt viel weniger Wagen als ich, aber meiner ist cooler. Ich stand im Stau. Aber ich bin jetzt unterwegs. Vembo, jetzt ramm ich die Köln. Ich gebe dir in Diskussion mit dem Führerschaft. Jetzt habe ich die langsamer genommen. Ja, wir wechseln das jetzt aus. Wir machen das einfache, jede Aufnahme machen wir das anders dann. Der eine rammt dann den, der andere den. Ich möchte mal gucken, ob wir uns heute wieder so ein Tagessieg setzen sollten, wie in der letzten. Was handt ihr mich? Ja. Hab ich mir vorgenommen, den Flieger, äh, den Felicer, wie Lester ihn nannte, zu schaffen und den, äh, Gepängsausbruch. Ob wir uns jetzt auch im Tagessieg setzen sollten. Ich würde zumindest sagen, wir kriegen zwei Bankais, weil wir ja gut Zeit haben alle. Aber Jürgenlaves und Serie A, meiner naja. Na, Serie A wird schon so ein bisschen schwerer, ja. Ja, okay, ja. Wir haben ja Zombie nochmal. Aber ich wette, der Pacific Standard wird auf jeden Fall eine komplette Aufnahme für sich beanspruchen. Und vor allem die letzte Mission. Oder zwei. Wobei, du wirst dann ja wahrscheinlich dann eh die Hälfte rausschneiden. Ja. Ja, man muss es, wobei, ich muss gucken, vielleicht beim Pacific Standard, da wird auch, wegen K-R-S und sowas, da wird da, äh, sehr viel verzweifelt. Was hast du, Zombie? Was hast du gesagt? Pacific Standard. Pacific Standard. Was hast du verstanden? Pacific. Was hast du? Ich hab's immer noch nicht verstanden, was? Pacific Standard. Pacific Standard. Wir haben Pacifics. Pacific. Ich hab's auch so ein bisschen wichst. Watch out for this. Ah! Watch out for this. Dies. Das sieht auch geil aus. Ach komm, bis die da sind, sonst kriegen wir wieder Steinbosch an. Ich bin da, ja, extra Maske und pinken Wagen. Ich bin da, bis die da sind, sind wir fertig. Ich bin jetzt auch da. Wow! Egal. Ich spalte die Kontrolle. Hä, ist da oben ein Cargobomb? Ja, ja. Die ist erklärtig. Nein, noch nicht. Aber bei mir ist das Ding weg, die Markierung. Ja, du kannst einfach da weiterhin fahren, in die Richtung. Du musst nur den großen Weg folgen und dann irgendwann die Autobahn verlassen. Du kannst auch ne manuelle Markierung setzen. Ja, hab ich das gerade gemacht. Stirb alle! Boah, Alter. Oh, ich sitz grad voll unbequem. Hast du die perfekte Landung gesehen? Nein. Das ist die perfekte Landung. Boah, ich bin perfekt neben diesem Insurgent hier gelandet. Und ihr habt's nicht gesehen. Entschuldigung, dass wir uns grad zum Gegner kümmern, den wir uns abschießen. Also würde ich sagen, ich mach's Traggy mäßig, nehme ich den mit dem Geschütz, werde aber nicht im Geschütz sein, werde schon fahren. Oder werde ich im Geschütz sein? Komm, wir wollen den Zuschauer was bieten. Ja, gut. Lass mir den Geschütz. So, jetzt Controller weglegen und... Oh, Alter! Diese Sitzpose geht gar nicht klar. Jetzt muss ich umkehren! Ich war auch gar nicht... Ja, du warst noch nicht. Oh ja! Was machst du? Ich vertraue dir! Du hast doch keinen Führerschein, okay, du bist dann schuldiger. Trotzdem. Ey, jetzt fahr doch nicht weg! Ich bin... Du hast den ganzen rumgepackt. Bei mir warst du den ganzen abgeschückelst drauf und wieder weg. Du hast doch gesagt, dass es nicht passiert ist. Könnt ihr euch mal vielleicht um die Helis kümmern? Ja, ich bin dabei. Ich helfe euch nicht. Wir haben halt eine kleine Drehung. Warum schießt ihr auf mich? Ich war doch gleich beteiligt! Ich mach das hier schon, keine Sorge. Was macht... Ey! Mein Gott, ich lass gleich da hinfahren, wenn du so weiter warst, ey! Ich häng fest! Ich häng fest! Ich häng fest! Ich häng auf der leiten Planke fest! Die Helis! Ich komme davon! Ja, ich komm hier runter! Ich komm hier an einen Heli dran vor dir gerade! Okay, jetzt endlich! Wow! Der hätte fast auf mich geschossen, yow! Yow, chill bei yow! Ja, ja! Ach, ihr seid das, verfickt euch! Verfickt euch, ja, alles klar! Wow! Aber man, schon wieder! Ja, joh! Wer fährt hier gepanzerten Fahrzeuge und wär so ein Billo Lowrider? Jetzt sag mir das mal, Vamp, okay? Der Billo Lowrider, der ist pink! Das kann ich da in Ernst sein, ey! Boah! Billo Lowrider? Boah, dieser Sprung! Ja, man Der ist so fresh. Kannst du einfach mal bei euch einsteigen? Ja, du kannst von mir einsteigen. Ja, ansonsten lasst du es eben bremsen. Ja, dann fahren wir. Aber nicht verarschen! Waaat! Hinter uns ist noch einer! Hinter uns ist noch einer! Ich komm nicht dran! Du verbotst in zwei! Ja, ich werd den anderen jetzt vielleicht anschließen. Hier, steck ein! Oh, der explodiert! Hallo! Ich bin hier! Boah, ey, das ist immer alles andere bisher. Naja, komm Leute! Das ist der schlimmste Überfall, den ich bisher hatte. Dass wir noch nicht gestorben sind, ist eigentlich ein Wunder, ey! Jo! Was? Ja, fahr doch nicht gegen mich! Oh, Mann! Dass man einmal kein Fahrer hat, schon eskaliert diese Lage nach ungefähr einer Minute. Oder ehrlich gesagt nach 10 Sekunden, weil ich dann aber schon aus dem Wagen rausgeflummelt bin. Ey! Ich kann nix dafür, dass das so ein Stein war. Deswegen ist es ja auch ein Steinbruch. Oh! Dass da ein Stein ist, wundert mich. Ich... Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Ah! Guckt einfach bitte nicht, dass ihr stirbt, okay? Ja, ich guck... Sieht aber nicht gut aus. Ich geb' ja schon so viel Kampfer, wie ich denn auch kann gerade. Ah... Ach... Inventar... Schnacks... P und Q. Okay, so... Das gleich werden von vorne noch ein paar Gegner kommen. Das solltet ihr... Wenn ihr geduckt seid und sonstiges kriegen. Achja, Zombie. Während du geduckt bist, kannst du nicht schießen, ne? Während du schießt, bist du nicht mehr geduckt, sagen wir mal so. Ach, wahrscheinlich duckt er sich noch nicht einmal. Ich gucke mich auch nicht, aber ich bin mir nicht so gut. Ach... Gott, die... Und viele Gegner hier einfach sind. Egal, woanders. Wir waren mal ein bisschen hier langsamer, ich kann mich konzentrieren. Nein, sonst sterben wir noch. Was? Ach, ich sterb so oder so. Wow! Wir machen Abgang. Ja, ich hab denen, glaube ich, die Reifen zerschossen, während wir gerade verfolgen waren. In der Leuchtfackel, ist das dein Ernst? Ja, ich muss die ein bisschen einschüchtern. Ja, okay, alles klar. Hier sind wir! Los, killt uns! Habt euch genug. Okay. Was geschafft? Ihr seid daneben gefahren. Ja, super. Ja, ich nicht! Ich wollte ja auch eigentlich wieder dahin, aber nein, du musst dich ja unbedingt wieder wegrammen hier. Ähm, ihr habt den Surgeon richtig eingeparkt. Ja, weil ihr da steht. So haben wir's, ja, sehr gut. So sieht es, in welches... Ja. Gar nichts mehr. Ja. 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 Okay, now get going. Let's wrap this up. Das lief besser als erwartet. Es lief schrecklich, aber ich bin überrascht, dass wir es bei einem First Strike trotzdem geschafft haben. Das war halt ich damit besser als erwartet. Boah. Klar, für diese Leistung finde ich gut. Ja, dass du mich tausendmal rausgekriegt hast. Das ist ne Meisterleistung. Ihr habt ja manchmal auf mich gewartet. Du hinkst ja in der Leitplanke fest, auf dich mussten wir nicht warten. Du warst in der Leitplanke, die... Ja, die Leitplanke, da bin ich ja schon weggefahren. So, jetzt muss Lester sich nur vertrauen, mich nochmal anzurufen. Dann machen wir direkt weiter. Ich weiß nicht, ob er nach der Leistung nochmal uns anrufen will. Das Problem hat ja unsere komische Kontaktperson. Lester eigentlich an sich ja nicht. Ey, was soll das? Lass, ich will mit dir fahren. Ich will mit dir fahren. Ja, aber jetzt bringt's ja eh noch nicht viel. Du musst ja gleich nur den Invite annehmen. Ja. Jetzt muss Lester sich nur vertrauen. Du hast mich zuerst geschlagen. Egal wer angefangen hat, ich werd's beenden. Oh. Jo, tschüss, ne? So, Lester, bam. Ah. Warum bist du grad kurz aus dem Auto ausgestiegen? Tja, nein. Weil ich jetzt gerade eine Einladung mache. Bist du? Oder meinst du jetzt Vamp? Nein, du, weil du ja die Anladung angenommen hast. Einladung. Die Anladung. Die Anladung. Oh Gott! Hau ab! Hau ab! Die Anladung eingenommen. Ich will dich ja nicht sehen. Ja? Putt, 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 putt. Zieht auf einmal Raketenweh auf einmal. Putt, 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 putt. Nimm mal lieber an, ey. Ja? Ja, wenn du uns mal einladen würdest, könnten wir auch annehmen. Warte doch. Ich hab es. Alle drei. Also mich nicht. Doch. Ich hab nix bekommen. Ich send dir von mir erst noch meine eigene. Via postalischen Weg oder E-Mail? Ah, jetzt. Jetzt hab ich eine bekommen. Ja. Ich wollte grad sagen. Bei den anderen ging es nämlich direkt. Hm. Aber hey. Wir haben die erste Vorbereitung zum Sinn in 15 Minuten geschafft. Das heißt, ich muss gar nicht mehr sowas wegschneiden eigentlich. Ja, kannst mal gucken, weil ich nicht beteiligt dran war. Ja, das war echt nicht. Ich dachte, du hast in der letzten Aufnahme so viel Selbstvertrauen gewonnen, dass du eigentlich gar nicht willst, dass wir nicht schlecht gehen. Mit dem Heli gesleitet bin. Das sah so cool aus. Das hat dich dann richtig aufgewundert. Ja, dann wirst du das mit der Hydra wirst du gut machen, wenn wir das EMP gewonnen haben. Warum muss ich denn fliegen? Ich kann das gar nicht. Alle müssen fliegen, du. Ach so. Das ist leider die Sache. Dann kann ich euch noch dabei behindern am besten, ne? Ja. Ja, genau. Wenn du in uns reinfliegst. Oder in die Gegner. Und dann stirbst. Also mir ist das noch nie passiert. Nein. Nein. Nein.